ich sehe dich die Führer ich sehe dich gekommen die heilige Willkommen zurück zu AFO Space diesmal so ein richtiger Abspack-Part weil es ist über 0 Uhr DSDS ist vorbei und ich habe hier Quellwund plus Apfelwasser trinken äh sehen äh stehen und wir haben den 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 Niko da mit bei also Niko mit CK und ähm ja es geht weiter mit AFO Space er ist aber leider noch woanders nee ich bin jetzt da er kommt erst später zu uns achso okay okay ich hab mir mal wieder in den Neuwerfverein getan weil ich einfach weil ich einfach drauf hab ich bin im ähm im blauen Team drin denn Niko der ist im anderen Team nein ich bin auch bei dir drin in der Welt äh 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 um 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 ein um 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 weil sie so attraktiv sind ja genau äh was ist das für eine Scheiße die Gegenseite Grundsatz wir zerstören gerade so eine ach so ihr seid da ich dachte schon welche Idioten sind sind da wir sind keine Griefer Dumbaz wir sind Leute also der ist im Chat gerade geschrieben wir sind Leute die das zerstören wollen also wir sind diese Zerstörer Zerstörer was ist das für eine Scheiß Map wo kommen wir nicht zu den Gegnern ich komme zu den grünen ey nicht zu den Gegnern da sind so welche Camper die campen so es ist ja hier voll viel Wasser Kuhl-Geräuspern und mit dem mit dem ich bin jetzt 8 die Möbel Leute kennt ihr das auch mal wenn wenn ihr abends Fans auch macht uns kommt ganz die Schreihe und die ganze Karte von sich juckt ich fühle sich so geil Oma und wird hier ganz nackig auch in der Nähe in Prozent Prozent Box Senden mit einem Wunder der Bittigkeitscheidung es kalt wird mir nicht als geht der Tag heute der war mal eigentlich ja der war eigentlich traurig machen Tötet der Arsch erst mal ich fand es eigentlich heute ist nicht warm ja endlich hat die ganze Zeit geschwitzt ist das war mit ganz gesagt die Weg die Sterben durch Kackwetter dann habe ich geweint Geweint? Ja, auch harte Männer müssen mal weinen Ah, ich dachte, du wärst so oberhart und würdest niemals weinen Nein, auch wenn ich zum Beispiel mit einer Mädchenrede, dann fang ich auch an zu weinen oder so weil man ist einfach hart und dann muss man auch mal weinen Sie sprechen mich dann immer so an Hallo, jemand, äh, erste Mal gelte, da hast du auch auf Kammer, kann ich meine Abschreibung, ne? Äh, man geht immer gleich zu weinen, weil es ist so hart, dann muss man eben den Druck standhalten können, das kann ich nur manchmal Alter Ich bin den ganzen Platt von zerstört, ahaha Geil, ich stehe hier so schön und dann auf einmal knallt das auf, nicht Ach, warst du dann auch? Er guck mal auf der Karte, da wurde das, 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 grüne, äh, Dingenschen, da ist da, dann muss man eben Ja, das, grüne, Dingenschen, da ist auch zu weit entfernt, wenn wir hier ein, wenn wir hier ein, wenn wir Ich bin auch gerade Die müssen nur einmal durch das Wasser gehen, dann sind direkt direkt, alle kämpft, kann ich im Wasserducken, oh mein Gott Shitting help Oh, was geht denn jetzt, ja Ich bin echt über all der musste, richtig gut Ziehen und schießen Ich guck mal, ob du irgendwo bist, sieht aber nicht so danach aus Hey, ich kämpfe irgendwo in der Mitte und nur hoffentlich, dass ich nicht abgekühlt werde Ah, da ist niemand Ich finde es so geil, dass, äh, Ace of Space nicht so oft leckt Ja Also bei mir leckt es gar nicht, also bei Leuten, äh, bei mir auch nicht, da ja Bei Leuten, bei denen es, äh, lecken sollte Da sag ich einfach nur, äh, Fail, Pech gehabt, kauft euch einen besseren PC, weil Ace of Space sollte eigentlich nicht, oder? Nee, also Ich denke mal, ich will mal das nicht so legen, weil das ist dann nicht wirklich anspruchsvoll Ich meine, es kommt, es, na gut, es kommt vielleicht fast an Crisis 2 dran, aber, äh Ganz, ganz knapp Ich meine, äh Ja, ne Also ist es schon sehr anspruchsvoll In der Grafik her und so, und deswegen muss man, muss sich da die Qualität auch auf niedrig stellen Oh, PC Glow, da Sonst, sonst Ich stelle sich wie direkt auf Voll als Disney Crisis 2 Dann ein mittelmäßiges Spiel, Minecraft, Ace of Space als Grafikeinstellungen Irgendwie Zettel ich voll Oh, bei so einem berühmten Kerl wie bei mir, äh, da Drei-Könle alle er alle angucken können und dann und gut wie ich nur um die Hälfte ein ein und für die wort man wohl ja also was dann in dem Wasser bekomme ich gerade erst ich sehe 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 ich ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich aber nicht mit mir die Hörer mit man kann nicht was verbauen so hier sind die Gegner ja jetzt musst du mal aufpassen ja das war ganz doll auf können dass das Gebäude zerstören ja auch gut werden wollen ja und das sind welche es tut und wollen und die Lüge ist gut die Welt erkannt das wird auch nicht ja ich bin so dass ich in der Stadt gegeben die und so gut ich bin und es sind die Soberung wo 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 ja 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 das ist ja steil zu lösen so und ich weiß ich bin und in mein Kopf und die kommen meine Bitte her und Prozent Prozent ich kann natürlich nicht mehr drauf dann braucht es ein offiziellen Kopfjuckern es ist auch um die Unternehmens vor zehn Lichtjahre wurde es in den Kühn gelandet die in die Gegend war 10 Cent pro 10 Lichtjahre und die nicht die Abo liebt das ist auch geliebt er hat sich die Lichter und besorgen wir haben wo es nicht mein nicht so geizigt die Sonnen die andere bezahlen mit 10 Euro Prozent die Neuro 19 Prozent die Lichtjahre die Euro um Jahr der Schuhe bis sie in einer Unterricht oder das auf jeden Fall viel kleiner und tot sie sind ja in die ganze Zeit ab um die ließen auch die Abholzung ja war Prozent wir dürfen das sind blau er glaubt wie gut grün für keine Ahnung Prozent laufigkei Prozent am besten alles können alles können und die Obergeizten und Grünführer ich bin an ich bin an wenn er wird die Art der Welt die ganz mann nicht so viel spüren vor Ort hat die Morden nicht im Unterricht aufgepasst ich hab lieber PSP gespielt oh Mama hat doch gesagt du sollst nicht so viel zocken ja aber ich hatte durchfallen oh ich weiß ja nicht was es mit dem Zocken zu tun hat ja scheiße aber egal ich bin ich bin ich bin ich bin unterricht drücken mit auf einmal Prozent Scheißfantäne rauskommt Upp um also ich bin in der Wohl die die ich habe alle Gäste aus dem Wasser und äh so schnell weg was du machst ist nicht peinlich sein oder irgendwie irgendwo hingehen wo die Katz hat durchgedreht Prozent jetzt ist sie da in der Barlose aus und wirft sie weg oder so ja man muss die auch so locker weg man hat die Katze hinter der Verlieferung ich sehe dich die Christoph die die in die die Gäste muss mir auch immer so viel Glück bringen Prozent und noch nie der Umgebung mit dem Blöck der Nürnberg auch zu mir auch wenn ich nicht mehr auf Katze so wie auch deine Augen gern ja die will immer wieder bei seinem LPR meine Katze Katzen können die Augen und er die Sprache verstehen nicht viele viele Leute um die Stimme die Augen ja auch mehr die Konzertszen die Augen wir haben ja auch kommen wir verständigen und zu noch und dann die Augen führen wir haben ja auch ja auch hier Elber war ein Fehler begeben noch mal mal und die gleiche Linus wir haben ja auch er ist ja in dennoch mit dem Film ist und ich muss mich um hier die und sein Name die okay jetzt machst du der Klinik ich stehe nie in der Nähe mal mehr zu sagen ich habe irgendein Typ von uns geht ich will kletz aus dem Fall die Scheißen Blieb bei ihr ja sicher was du gehört ich habe mal keinen ja 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 ich habe erledigt, ich habe ihn gefisst gefisst die Gebietstel ach so ich hatte verstanden gefisst ich habe schon gesagt der Mann von gewartet dann hat es so irgendwie gedacht, ja, irgendwie wird das andere nicht viel besser ne? ja kann man so durchgehen lassen ich habe jetzt schon gegeben, dass er gestorben schade, 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 schade schade, schade, schade ich hätte fast eingekillt aber nur fast ähm wie lange haben wir jetzt schon ca. auf? ich habe schon 10 Minuten oder so, ne? ja, so etwa, keine Ahnung ja, weil, ähm, irgendwie habe ich jetzt seit dem Neuesten den Age of Space Toilettengeher zu machen äh, weil, ähm ich muss immer ziemlich oft auf Toilette, wenn ich jetzt auf Space spielen, ne? es ist nicht so toll, aber bei den Möp zu viel was? ja, irgendwie schon aber er das andere auf Toilette ach so, das Toilette, ah 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 oh man also, ähm ich hoffe mal das Video, äh ich hoffe mal das Video ich hoffe mal das Video kriegt äh nicht über einen äh aufruf ähm ja sonst, ähm ja, werden wir nicht mehr es wäre dann vor allem so attraktiv und ich kann nur um Ohr genau wie davor hätte ich gedacht dass die 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 ich glaube, dass wir mit dem Weg nicht mehr die 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 du siehst mit dem ich meine die die so ich ich bin die Titel nennen so was nennen ich ich wirklich bunt oder Prozent Prozent Schwimmen Spum ist langweilig wie sollen die hat die erste wie viel Geld die die Bühne dann gibt es die Bühne das wird die Städte auf Kalt die CD und es ist tot nicht statt die Mühle an und gehen jetzt ist das Schildamt die Brücke die wir schön errichtet haben zum Batzen als er dann wird man die gern die ganze Plattform zerstört das ganze Ding in und hier ist in Standort Rau ich erfolge die Beeilte ich dachte jetzt ich hätte so mega lecker oder so gehabt wird auf einmal so Auber auch wohl mit ihm jetzt schon wieder hier alles sie sind echt er hat mir zu retten die schöne Plattform waren ja ich will dann aber auch erst mal fürs erste sagen dies war ja an der Stelle ich verabschiede mich der Nico oder in Klammern Prozent 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 er verabschiedet sich auch ich hätte mal für ihn und danke der Führer ist nicht getan ein Problem spielen die Antwerpen ja dann nicht sagen in der nächsten Folge wieder Tschüss Leute Tschüss